Die Fachkompetenz von euch ist absolut mega schön und gut. Also besser könnte es gar nicht sein. Ich kann nur ganz, ganz großes Lob aussprechen. Und ich selber habe schon heute Morgen gestrahlt im Spiegel, als ich mich gesehen habe und habe gedacht, wow, es ist wirklich ein guter Job geworden.